Mal frei hier, unser guter Endverteidiger, da muss ich ja schon sagen, es sind allerlei Leute hier. Mal sehen, was hier noch läuft. Viele Kostetscher auch da hinten. Mal sehen, was da alles reintrudelt hier. Jetzt kommt Giddi hier mit seinem Mercedes. Giddi, klar, wunderbar, klasse. Musik auf, schön laut, alles klar. Giddi, Junge, ich hoffe, dass er einen Turm macht. Das war Indianermusik, mein lieber Freund. Oh, Führerschein, ja, klasse gemacht. Das hat sich ja wunderbar reingesetzt, das Auto. Oh, 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 das war heiße Musik. Mei, 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 mei. Oh, oh, oh je, du musst jetzt gehen, was ich hierher nach? Nein, wir kommen dort an den hier. Oh, ja, ich komme noche, jetzt kommt die bei der großen Schlitten, an die ihr, ne. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und sehen, was er das hier. Kuckuck ist ja... Kuckuck ist ja mal gut. Kuckuck-muh-muh. Ich glaube, es kommt gut an unsere Kapitän. Mit den Leutnant Edo. Für Glück morgen, Gitti! Ja, Gitti hört nichts mehr. Demut, der ist auf der Omeren. Der ist auf der Omeren, 100%ig. Ja, so sehe ich da. Logisch. Bei der Musik musst du da auch einen Ginnitus haben. Deswegen kann er auf dem Platz auch so schnell hören. Dann geht die Jungen. Ich freue mich, morgen viel Glück! Morgen Abend!